Hallo und herzlich willkommen zu deiner ganz persönlichen virtuellen Kopfmassage. Heute werde ich deinen Kopf und deine Ohren mit ausgewählten Triggern, Utensilien so sehr verwöhnen, sodass du gar nicht umhinkommst als zu entspannen und einzuschlafen, wenn du magst und vielleicht auch schon etwas müde bist. Ich werde mich bei dieser Massage, dieser Kopfmassage von grob nach fein orientieren, denn je müder man wird, desto empfindlicher wird man. Deshalb beenden wir diese Massage, diese virtuelle Kopfmassage mit sanfteren Streichleinheiten und du kannst jederzeit den Augen schließen. Vielleicht hast du sie auch schon geschlossen, um das volle Klangspektrum genießen zu können. Ich beginne damit. Deinen Kopf dieser wunderschönen glitzernden Entwürbeste, also die Tanglebrush, die Tanglebrush zu können. Bist du bereit für den vollen Genoss? Okay. Deine Haare fühlt sich so schön weich an. So sideig. So sideig. Und ich bin ganz, ganz behutsam in meinen Berührungen. Denn wir wollen nicht, dass es zieht wird. Und loslassen können von allem, was dich sonst nervt und stört und blastet, um in die vollkommene Stille und Ruhe zu kommen, zu gleiten, abzugleiten in die Leichtigkeit. Und ich liebe es so sehr durchjahren zu können. Es ist mir somit eine große, große Freude, die ich sehe, mit dir und für dich zu tun. Das sind keine Strähne aus. Und jedes Abend mindestens einmal gegämpft. Ich denke, wir haben nun alle einmal sanft gegämpft. Und wir sind bereit, oder du, für die nächste Bürste. Die nächste ist eine große Paddle Brush, die du vielleicht schon manchmal bei mir gesehen hast. Und die ist einfach natürlich wunderschön glitzernd. Und hat diese vielen Plastikborsten, die nun ein ganz anderes Empfinden auf deiner Kopfbaut hervorrufen werden. Dass sie nicht so nah beieinander sind und abgerundete Enten haben. Und ich setze nun an, wenn du bereit bist. Und los geht's. Deine Haare sind nun wunderbar. Wie kämpft schon durch die Bürste davor. Es ist somit ein noch größeres Vergnügen, durch deine Haare zu kämmen. Und mit jedem neuen Bürstenstrich. Werden deine Haare noch seitiger, noch glatter und vitaler. Und deine Kopfhaut wird so wunderbar durchblutet. Es lindert dann auch vielleicht ein wenig Kopfschmerzen, solltest du welche haben. Und stärk deine Haare bis in die Wurzeln. Ganz einfach natürlich, ganz ganz einfach. Aber dennoch sehr, sehr intensiv. Du hast schon ein paar Mal Gänsehaut bekommen. Das ist auch ein schönes Gefühl, oder wenn man Gänsehaut bekommt. Natürlich nicht, wenn man friert, aber wenn man aus einem angenehmen Reiz heraus, angenehmen Empfindung heraus Gänsehaut bekommt. Und ich finde, es fühlt sich immer wie eine heile Welt an, wenn man ja Gänsehaut bekommt. So, als wäre alles super und in Ordnung und man muss sich um nichts Sorgen machen. Wie als Kind, wo alles so schön war. Und man es einfach nur genossen hat, gestreichelt oder berührt zu werden. Oder ins Bett gebracht, um noch ein wenig zugedeckt zu werden. So eine Art kuschelig, heimeliges Gefühl ist es auch für mich. Jeder assoziiert vielleicht auch ein wenig etwas anderes mit diesem angenehmen Gefühl oder diesem Kribbeln. Aber beim Haarebürsten oder Haarekämmen kommt es immer wieder hoch bei mir, dieses schöne Haar. Das ist so toll, mir geht so gut. Das Faszinierende ist, dass es eben ja nur eigentlich hier oben auf dem Kopf passiert, aber dennoch einen Einfluss auf den ganzen Körper und darauf die Psyche nimmt. Und es ist so ein großes Geschenk, dass man sowas erleben darf. Zumindest betrachte ich es selbst als ein Geschenk. Okay, ich denke du bist nun bereit für etwas sehr Schönes und super Intensives. Das hast du garantiert schon ein paar Mal in deinem Leben ausprobiert. Und zwar ist es das hier etwas passend farblich zu der ersten Bürste. Ja, das ist die Kopfkralle oder wie auch immer man sie nennt. Ich nenne sie so die Kopfkralle. Und mit der werde ich nun deine Kopfhaut ganz, ganz intensiv massieren. Mach dich bereit. Begle Wir sind noch ein bisschen zurecht gebogen. Jetzt geht's los. Noch ein bisschen mehr muss ich auseinander. Jeder Mensch hat ja eine andere Kopfform. Das muss man dann natürlich auch immer berücksichtigen. Okay. Das ist schön. Das ist wirklich extrem intensiv. Ich achte darauf, nirgendswo bei dir hineinzustechen ins Ohr oder ins Auge. Da muss man immer etwas vorsichtig mit sein. Dass man überall alles unter Kontrolle hat. Alles fast gleichzeitig im Blick, sozusagen. Das ist nicht möglich. Erfreundet. Vielen Dank. Das ist wirklich eine Wohltat, oder? Ein absoluter Traum für die Entspannung. Die ersten Sekunden sind immer die intensivsten und dann gewöhnt man sich etwas dran. Dann wird es einfach nur noch sehr, sehr angenehm. Ich habe das manchmal in den ersten Sekunden gar nicht ausgehalten. Wenn das jemand bei mir gemacht hat, dann bin ich immer weg. Aber du hältst das sehr, sehr gut aus. So schön. Und nur für dich. Nur für dich. Okay. Ich denke, wir haben genug von der Kopfkralle. Als nächstes habe ich noch etwas ähnlich Intensives, aber nur eine Ausführung von zwei, sozusagen. Und so haben wir hier diese Holzstäbchen, mit denen ich ganz gezielt deine Kopfhaut berühren, streichen und bearbeiten werde. Und es geht los. Wenn ich meine ASMR-Live-Sessions für meine lieben Zuschauer-Kunden abhalte und am Ende dieser Sessions-Frage, was am besten gefallen hat, sind es ganz, ganz häufig diese simplen Holzstäbchen. Und deshalb wollte ich diese unbedingt auch für dich hier jetzt einsetzen. Dass du auch in diesen wunderbaren Genuss kommen kannst. Hier kann ich perfekt modulieren. Hier kann ich perfekt modulieren. Wie intensiv ich diese Stäbchen auf deine Kopfhaut einsetzen. Ich kann mich perfekt auf diese zwei Stäbchen konzentrieren. Daher mich hingebungsvoll deinen Haaren und deiner Kopfhaut widmen. Was tenim LinkedIn-Live im KopfhautPoint Oder? Die gibt Heat bestof und die Laufbund sind. Daher mich Lip-Live in der最後 6 hat in der Wert, denn da wird zupassen dasiße impact vor allem auch. Bei die Laufbund sind die Pil polyfurt. Es wird davon verولt wie bezückeln. Daher an mich für ein Bauchn tego mindset war tun. Bei die Laufbund sind ein Auto entspricht. In am Beginn zu STAR-Live zerstört. Vielen Dank. 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 Aber du magst sie. Diese ziehe ich mir nun an. Wenn Sie nicht so hauteng sitzen, machen Sie die besten Geräusche, das Knistern. Ich nehme vorsichtig ist, ich nehme vorsichtig meinen Ring ab, nicht dass er das Latex durchlöchert. Sehr, sehr gut. So, und nun mach dich bereit für deine Latex-Schuh, Kopfmassage. Wow. Wow. Okay. 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 We'll jud Osama. Okay. Good. Andées. Okay. Take eleven Take eleven Ich hatte keine Ahnung, wie intensiv das sein würde, deshalb stimmt meine Eingangsaussage nicht, dass wir von intensiv zu sanft gehen. Wir sind jetzt bei sehr intensiv, aber ich hoffe, dass es nicht weniger entspannend für dich. Im Gegenteil. Ich habe eine Art und Weise von intensiv, wie intensiv das Thema ist. Ich fühle mich etwas, als würde ich bei dir einen Läuse-Check-Up machen. Schauen, ob du irgendwo eine kleine Läuse an den Floh hast, aber ich bin mir sicher, du hast so etwas nicht. Da ist einer gehüpft, ich konnte ihn sehen. Und weg ist er. Wir sind nun am Ende deiner Pistole. Du bist persönlich im Kopf wohl für Behandlung angekommen. Ich hoffe, du konntest so, 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 so gut entspannen. Du hast die verschiedenen Würsten und Träger genossen. Du bist nun ein vielfaches entspannter als zu Beginn. Ich habe sehr, sehr gerne Zeit mit dir verbracht. Schön, dass du hier bist. Danke für dein Vertrauen. Ich wünsche dir eine wunder-, wunderbare gute Nacht. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Schlaf schön. Komm, wir sehen uns bald wieder. Dram sleeve sein... Dram sleeve sein... Schf. Schf. Untertitelung des ZDF, 2020